kann ich auch so ein noch ja jetzt ist die frage schaden oder tank ich weiß halt nicht wie groß der unterschied jetzt ist es kann doch nicht sein ein zweimal zweimal jetzt schon gestorben nur an so einem blöden gegner ich habe keine ahnung wie wir dem besiegen sollen hier steht jetzt auch nichts was wir anders entschuldigung was wir anders machen sollen als sonst wir haben keinen extra gegenstand gekriegt wir können hier gar nichts machen gut dann machen wir es so ich hole hier einen lehrwandler raus so und kümmer es gibt es doch nicht drei mal ich habe keine ahnung was ich machen soll der macht one hit bei unserem tank der macht one hit bei uns keine chance dann dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig was ich eigentlich vermeiden wollte wir ziehen jetzt account gebundene sachen an dadurch haben wir locker mal 234 tausend leben mehr und eigentlich wollte ich das nicht machen aber ist mir jetzt egal so dann stelle ich mich hier oben drauf annehmen so dann einmal ein kopfteil dann haben wir hier die schultern wir haben den rücken wir haben die brust wir haben die hose wir haben krit tempo wir haben den stab wir haben eine halskette kann man anziehen wir haben den schmuck wir haben den schmuck und das war's so wenn es blizzard nicht anders haben will und dann machen wir das eben so das ist mir so scheißegal weil es kann nicht sein dass wir hier bei einer quest die kein problem sein dürfte keine chance haben zu überlegen ich Tut ihn jetzt nur noch hier hoch heilen was anderes mache ich nicht mehr Das gibt es doch nicht sollen sie sie diese strom kümmern Gibt es doch nicht was ist denn auf einmal mit meinem hals los Ganze zeit keine großen probleme und jetzt auf einmal fängt es abends an So den haben wir gekillt Drecksack Quest beenden Quest beenden Nehmt Kommandantin Lorna Crowley gefangen und bringen sie zu Fürstin Silvanas Windläufer an der Frontlinie der verlassenen im Silberwold Wo ist sie? Andere Seite natürlich So Außen aber Von der Von der Mauer Entdeckt Vorderes Bus Lager Bla 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 Drück ein Dach Nerv mich nicht Lauter Elite hier das ist doch nicht wahr Dieser Ort gefällt mir nicht Mir auch nicht Sind wir schon zwei So Nächste Wo ist sie denn? Da drüben Ich muss zuerst etwas anbisieren Sehr schön Ähm Hallo Hallo Keine Auftragsmörder Kidnapper Kidnapper Baulabern Haber laber 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 wenn sie wenigstens das ganze noch aufgenommen hätten Also sounddatei so wie man es bei den neueren quests kennt die wird sich nicht ergeben ja 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 ich glaube es hakt hier zauberzeit von verbrennen und chaos blitz verringert verbrennen ist das hier ich benötige ein ziel bewusstlos und jetzt zurück bleibt da du musst uns nicht angreifen aber ich frage mich warum hier ausgerechnet überall elite gegner rumrennen müssen vor allem level 27 wir sind 26 er heißt mit dem skalieren in manchen gebieten oder bei manchen quest haben sie da jetzt nicht unbedingt zwischen gefallen getan weil man ja auch überlegen muss vorher haben die leute eine menge quest gemacht durchgequestet und waren dann 23 level über den gegnern jetzt sind die gegner entweder gleich oder selbst sogar höher also so leicht wie früher wird es nicht mehr werden quest beenden und jetzt immer 27 begleitet fürstel sylvanas windläufer auf das schlachtfeld und besiegt die allianz machen wir morgen würde ich sagen dann bis morgen